Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei 1119 KTE von Thüringen 3.01 werde jetzt unseren kleinen Milchanhänger anhängen und gleich mal einen Verkaufsbus einfahren für Milch später vielleicht noch ein größerer nehmen aber erst mal reicht der kleine 18.000 muss ich mal schauen dass es auch klappt weil es könnte sein dass der Mistfahrer da Probleme machen könnte weil die sich im Kurs zahlen könnten eigentlich ja gut wir müssen dann mal hinkommen das heißt wir müssen hier mal einen Kurs starten dann nehmen wir gleich mal einen grünen Kurs damit er weiß dass er eine Anrechnung fahren will oder soll das alle haben wir noch einen größeren Kauf und Weißen also mal sehen denn wir haben schon reichlich Milch das erste reicht 18.000 Liter wenn wir gleich mal einen Punkt beladen machen es kann sein dass ich irgendwann mal zum globalen Markt fahren werde aber aktuell wird direkt hier verkauft weil ich zurzeit auch noch genug ja auch genug Platz habe oder genug Milch oder Marsch auch nicht das ist jetzt nicht notwendig dass er jetzt unbedingt Milch jetzt hier da ja genau und zwar beladen Milch und verkaufen Produktion Verkaufsstellen Scheune oder drei Tage ne Futterhandel war gewesen da dürfen wir selber hinfahren, nutzt ja auch nichts denn das weiß ich jetzt nicht genau ob das entsprechend angeschlossen ist ich könnte auch einen anhänger weiß lackieren lassen das ist auch gut hier wird das problem wie gesagt weil auch der kurs von vorne kommen könnte oder ich muss einen kurs anders fahren mal sehen oder ich darf nur immer einen kurs fahren lassen bei den blauen linien und dann entscheiden ob Mist oder Milch wenn irgendwas die Milch ja auch hier alle dann sollte eigentlich kein Problem mitgehen eigentlich und bei der ernte lässt man die fahrzeuge eh nicht fahren wie gesagt die kurse mache ich jetzt so dass ich immer einen Ausweichkurs habe wo dann voll gemacht wird wo nicht am Hauptkurs das macht sie dann besser ups gegen Verkehr das mache ich mit einem Problem wenn beide entsprechend nicht lang fahren klar könnte ich hier noch einen zweiten kurs hin machen den anderen verschieben oder wäre extrem viel Arbeit da ist das leichter man lässt wenn er einfahren aktuell und später wenn man ja die BGH voll fahren ja dann ist das sowieso schnuppe ne dann fahren eh nur BGH ein Fahrzeuge und machen BGH voll das ist also man attack ich so aus sehe ich gerade so und da geht es doch nicht das ist ja nur das klingt schon gut aber irgendwie haupt nicht hin das geben sie wieder neu angeboten haben oder Angebot haben das äh 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 kann auch nichts zeigen da ist auch ein Ball den muss ich noch äh hier in Landrat und Mündler ist angeklopfen äh ob der mich verkaufen kann weiss ich nicht wie fahren nochmal zur Richtung äh Futtermittelhandel war es gewesen neinfalls Folgung jedenfalls äh die aussage ist fertig bedünkt ist auch soweit unkopfbekämpfung war auf dem feld fertig das andere muss es mal keimen da wird sicherlich morgen keimen jetzt bin ich mal neugierig wieso sind da jetzt Striche das ist aber neu in der älteren Version war hier einfach mal so ein Abhang hier ist Schluss und da ist jetzt hübsch es ist prinzip meine Kursblick also das ist ja irgendwie blöd so nicht aber das geht ja nicht weiter da fährt ja keiner hin ne das ist ja alles sackwässig wie man schaut decken geht weiter früher war da irgendwie kurz so wieso wie heißt der Punkt eigentlich das kann sein dass er ach vier Händler ist zu sehen na gut für Milchkörkauf ist nicht zu sehen die werden wir aber nicht mal nutzen dazu müssen wir hier raus fahren ja rückwärts fahren wollen wir nicht aber so ist das eh gut der wäre von hier anfangen aber vorwärts wieder wieder wieso will er zurückfahren steht nicht so den loschen nun wieder ja gut ok damit kann ich leben wenn man so viele Händler fahren, tun wir aktuell sowieso nicht aber ich schieße mich ganz aus wenn wir immer Schweine fahren werden der Aplan ja, Viehhandler oder Futter, Viehhandler oder Viehhandler Handler Handler ja, das ist eine gute Frage jetzt gut musste kurz überlegen so muss man so fangen, das fällt über die Porto Hülle so Abladen wirklich kurz warten bis es leer ist und dann können wir abschicken und hier machen wir die erste Part auch mit wenn der andere fährt dann Mist da ist immer so risiko risiko da wird nicht funktionieren da wird es fahren das stört mich jetzt noch nicht da kommt der rum ne von daher ist doch nicht ganz so tragisch blöd ist nur wenn jetzt mehrere Fahrzeuge fahren würden da wird blöd aber gut bei der Milch wird dann dick passieren aber gut bei der Milch wird dann dick passieren da wird dann trotzdem mal riskieren dass hier unser Mist mal los wird ne aber dann fahren wir nicht die große Runde dann fahren wir hier zurück wo wir nicht gerade jetzt entgegenkommen hier dann kommt der irgendwann bald das ist auch nicht aber da fährt irgendwo wenn der Mist wird uns die nötige Geld geben und ja Geld haben wir eh ausreichend also nur noch Sägewerk kaufen das kostet ein bisschen was äh was wollt ihr noch machen Sägewerk dann wir gleich mal wieder parken LKW jetzt sahen kommt der schon 24.000 ja das ist 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 ja den werde ich mal hier links parken das ist ja wütig ausgehen normalerweise dass es sich nicht stört so und ich wollte noch den äh Dünger streuen Hauptsache müsste fährt irgendwo passt da nicht weiter rein sonst stört mich so ne das stört mich so ne Luxus zwei Häcksel dann überlege ich auch mit äh mit Häcksel aufsammeln mit äh oder mit beide Häcksel aufsammeln das Gras gleich Häcksel und dann entsprechend zum das ging ja auch das geht nämlich darum um den das Pferdegras entsprechend zu BGH zu bringen dazu nämlich haben wir zwei Möglichkeiten entweder entweder wir mähen das mit dem Big Krone oder auf Schwad und lassen dann per Anhänger aufsammeln oder machen auch auf Schwad das sind alle Teilmöglichkeiten lassen dann mit dem Big Krone aufsammeln und auf den Hänger rausschmeißen oder wir werden es gleich mit dem Big Krone mähen und Hecksen und dann noch Hänger rausschmeißen dazu müsste wir noch zwei äh Schneidbärche kaufen aber das kann ich ja noch machen dann ist das äh ganz gut dann ist das gleich ledig das Gras wird ja äh bald wachsen hoffe ich jedenfalls so Blocking passt wo blockiert er wieder? das ist nicht so gut Blocking wo könnt euch den noch blocken? Einsteigen die sind fast leer da blocken ok dann hat er den Trigger nicht erwischt und lädt nicht ein ja das wird auch so sein ne da ist er nicht drin das ist jetzt blöd das ist jetzt blöd na na schön in Ordnung gemacht hier gut oben links geht rein unten nicht das ist immer entscheidend die Anzeige für die eine ist da und diese Anzeige ist am Ende ne ja noch nicht ganz aber fast ja und so ging da ein bisschen Mist ne düngen wollte ich Düngefahrzeug wollte ich nur gelassen hast du da hinten schon ja so auf geht's das nächste Mal Gras mähen das wird er wieder nutzen können und die Lager haben jetzt eigentlich nicht viel müssten wir hier nochmal Heu machen ne eigentlich eigentlich das könnten wir ja ein zweites Mal machen ne kleine Wiesel ein paar Heuballen das muss ich irgendwo unterbringen das ist blöd die Heuballen kann es nicht so liegen da und die Marschuballen kein Thema aber Heuballen natürlich ich kann es mal riskieren ne äh x das ist ja nicht viel ab machen wir das ist ja nur wie eine Ertragstärke ist besser wenn man lecker düngen ne wahrscheinlich nur so ein normalen düngen wenn es gewachsen ist das geht weg auf das merkt er oh liebe Schauers wieder vorbeige Zeit das soll es auch schon für heute gewesen sein ich sag mal vielen Dank fürs Reitschauen jetzt sag mal tschüss und tschau ja morgen geht es hier weiter in Thüringen Westing und die anderen beiden erwachen dort klappt Milch und ja Milch nimmt jetzt nicht an gut alles aber ne ok ich sag mal tschüss tschau tschau bis gerne und bis morgen wenn du Lust und Laune habt ich bin da tschüss